Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Hellblade. Und wir sind dem Feuerteufel auf der Spur. Dann gehen wir mal weiter. Hier brennt alles. Hier ist wieder so ein Tor. Und hier sieht es nach Kämpfen aus. Oh oh. Ja ansonsten mir geht es gut. Letzte Aufnahme ging es mir nicht so besonders. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe ihr versteht mich alle gut. Ich bin ganz allein zu Hause. Da habe ich gedacht okay jetzt nehme ich wieder eine Folge auf. Muss ich jetzt hier runter? Oh shit. Ah da ist wieder so ein Stein. Ich darf wohl nicht so oft sterben. Nicht so oft. Nicht so oft. Okay. Ich darf nur nicht so oft sterben. Ah da muss ich hin. Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Kommt das aus dem Game? Oh wir müssen wieder Zeichen finden. M und R. M und R. Wo kommt das X hin? Ah was ist das nicht? Was ist das nicht? Okay. Und ein R. Na ja 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 ja? Das na ja 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 Mein Kopf, mein Kopf so weh So, wir suchen weiter Wo ist das R? Aha Hier wird so viel angezeigt Ich weiß gleich wie Ich muss sicher hier hoch Ach am Boden ist das R Loi Ja gut, das hätte ich mir wieder sagen müssen Ich hab halt so Kopfweh Leute Ich weiß nicht ob das diese Welt ist Bin ich eigentlich eine Frau? Ich weiß es nicht Aber wir gehen mal weiter Oh nein, wir müssen wieder laufen Scheiße, hoffentlich sterben wir nicht wieder Wünscht mir Geld Nichts oder rechts, links oder rechts 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 нуж? Ja Ganz nice Oh nein! Oh nein! Oh nein! Don't give up! Don't give up! Let's go! I'm getting up! Oh crap, I'm pissing! Ugh! End it! End it! No, this is nearly the end. No. Ugh. You say your world has collapsed. Good. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your world! I'm trying! My God is dead. Only then. As with a newborn. Will you see this world and you? No. I see nothing now. Oh nein. I see nothing now. No more... Die Ragnarok sagen, dass bei Ragnarok die Sons von Muspel die Ragnarok reisen werden, in einem Schiff genanntes Nagelfar, der Korps-Schiff. Und wenn die Sons von Muspel die Sons von der Ragnarok verlassen werden, dann wird es so, als ob das Licht eröffnet wurde, und Surt wird ihnen führen. Woher er geht, wird die Flamme vor ihm erupt, und die Feuer werden hinter ihm verbraten. Und 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 Feuer werden hinter ihm verbraten. Das muss einer der schlimmsten Tode sein, zu verbrennen. Schreibt's in die Kommentare, was ihr findet, was der schlimmste Tod ist. Find the fire, Senua. Ah, da hinten. Da müssen wir drei Buchstaben finden. Ah! Echt, drei Buchstaben müssen wir suchen. Ich habe ein X, ein P und ein D. Ja. 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 Ich kann es sehen. Ja. 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 Ich habe das viele, die in den Tode ausgewertet. Und so, während einer Ragnarokung, ich habe meine Chance und ran, zu wissen, dass sie nicht folgen würden. Die Fölle ran in den Tode ausgewertet. Ich habe mich verletzt. Vielleicht waren sie recht. Aber hier bin ich frei. Ich bin froh, dass ich dich in den Wildern gefunden habe. Ich hätte nicht das gemacht, ohne dich. Ich habe da noch eine Ragnarokung. Wo könnte das sein? Wieder im Boden? Leute, helft mir. Hier oben muss doch was sein Ich weiß aber wo eines ist Das Kreuz haben wir vorher schon gesehen Aber ich bin so froh, dass diese seltsamen Stimmen aus meinem Kopf weg sind Das macht so viel leichter Für mich aufzunehmen, liebe Freunde Ja, hier ist doch das Kreuz Hier ist es von draußen Okay, das haben wir Das haben wir gefunden Da ist das P Ganz sicher ist das das P Jetzt brauchen wir noch mal das andere Das muss da oben sein Das muss da oben sein, liebe Leute Was haben wir übersehen Dieser trostlosen Eignöde Das P, ja, wo ist dieses D Könnte es sein Könnt ihr es sehen? Ich kann es nicht sehen Ich kann es nicht sehen Ich kann es nicht sehen Ich kann es nicht finden. Ich bin dumm. Ich finde es nicht an. Ich kann es nicht finden. Das kann nicht sein. Also ich sehe die Zeichen. Hier sind die Zeichen. Ich weiß nur nicht hier hin. Was soll ich tun? Was sehe ich nicht? Was sehe ich nicht? Ich sehe das Zeichen nicht. Ich kann es nicht sehen. Ich glaube es ist am Boden. Aber warum sollte ich sonst hier hoch? Also hier wird es stark. Okay, also. Ich guck doch alles ab. Ich finde es. Ich kann es nicht finden. Ich gehe noch mal runter. 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 Ich kann es nicht finden. Oh Gott. Irgendwer klopft. Okay, es war gar keine andere Tür. Komisch. Ich kann es nicht finden. Ich kann es nicht finden. Mir ist schon ganz schwindelig. Das gibt es nicht. Es muss da oben sein. Hilfe mir Gott. Hilfe mir Gott. Hilfe mir Gott. Hier ist es am stärksten. Aber wo passt das? Das gehört das. Bis zum nächsten Mal. Ich fühl's nicht an, ey. Ist doch irgendwas mit dem Stecken. Jetzt hab ich's. Mein Gott, Leute. Ich kann man so dumm sein. Ich kann man so verblüdet. Ich kann man so dumm sein. Jetzt können wir weiter. Ich kann,違う. Natürlich. Ich kann ich nicht sagen. Es geht weiter. Okay, wir überwinden das Feuer. Okay, wir müssen wieder laufen. Run, run! Dann, renne. Ich bin sorry. Ich bin so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I will come back to you. I promise. I will come back to you. I will come back to you. Come back to me. I will come back to you. Alle, aber nicht mich! Fight jetzt! Das ist der zweite Boss. Oh! Was? Die Leute, ihr habt mich mit ihr. Schritt, 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 Schritt! Bleib, was ist der Oh, oh, oh! Was ist das? Oh, meinst du. Oh, meinst du. Du bist stärker als er. Fokus. Die Bladesheilungen sind nicht verletzend. Fokus! Fokus! Oh, 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 oh. Geht! Endlich! Now! Shit, shit, Lucas. Come here. Let's do this. Blush. Fuck it. For every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? Why? I've made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next, to fulfill yours. Then I will see you in hell. I will be ready to face horror in the eye as I have to find your answers, your quest. And I will see you in the eye as well. And I will see you in the eye as well. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. 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 Bis zum nächsten Mal.